So, jetzt kommt die vierte Übung der Poteco Atmung und zwar versuchst du wieder durch die Nase drei Sekunden lang einzuatmen, drei Sekunden lang aus, dann hältst du wieder die Nase zu und bewegst deinen Kopf nach rechts und links. Sieht ein bisschen lustig aus, aber ist egal. Einfach nach rechts und links, so lange wie du die Luft natürlich anhältst. Dann stoppst du wieder und atmest drei Durchgänge lang ein und wieder aus, drei Sekunden. Das Ganze kannst du zwischen drei und fünf Minuten machen, je nachdem wie es funktioniert. Wir machen einmal zusammen. Einatmen, ausatmen. Und weiter. Aus. Aus. Genau, das machst du drei bis fünf Minuten. Schau, dass dir nicht schwindelig wird oder komisch und viel Spaß beim Üben.